Gerade jetzt zeigt sich der Wert eines starken Sozialstaats, an dem wir auf gar keinen Fall sparen dürfen. Projekte wie die Grundrente müssen deswegen unbedingt fristgerecht eingeführt werden, denn die Grundrente hilft vielen Menschen, die geringe Löhne verdienen und derzeit aber einen sehr wichtigen Job machen. Aber auch Instrumente wie das Kurzarbeitergeld helfen ganz akut den Menschen, die jetzt sonst unter den wirtschaftlichen Folgen noch deutlich mehr leiden würden. Deswegen bin ich stolz darauf, dass wir in Deutschland einen so guten funktionierenden Sozialstaat haben, der den Menschen auch in und durch die Krise hilft.